Ich habe einen ganz anderen Bildungsweg gemacht. Ich habe Matura gemacht, ich habe studiert, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ein paar Elternlehrer. In Österreich wird Bildung, leider der Bildungsweg, vererbt. Beide meiner Brüder sind auch Lehrer. Das heißt, ich selbst, einer muss immer aus der Reihe tanzen, habe dann sozusagen einen anderen Weg genommen, habe dann gesagt, okay, ich gehe nicht in den Staatsdienst, na okay, bin jetzt im Parlament, eben auch immer im Bildungsausschuss. Wann habe ich als Abgeordneter die Möglichkeit, möglichst nah an den Arbeitsalltag von Lehrlingen dran zu kommen? Wann habe ich die Möglichkeit, das selbst zu spüren? Das kann ich mir sehr völlig bewusst, dass ich das nicht komplett kann. Klar, ich bin Abgeordneter, ich bin kein Lehrling. Ich bin in diese Betriebe gegangen und habe gewusst, dass ich natürlich einen Bruchteil mitkriege. Also wie gesagt, meine Schnupperlehre habe ich gemacht in fünf Betrieben. Das heißt, in einer Kfz-Werkstatt in Wien, dann beim Interspain-Floritzdorf, ebenfalls in Wien, bei einem Hotel in Kärnten, auf einer Baustelle in Linz und dann zum Schluss noch in Salzburg beim Friseur Sturmeier. Genau, wie bin ich zu diesen Unternehmen gekommen? Diese Unternehmen sind einfach, das war Zufall, eher, ich habe mir einfach angeschaut, was sind die großen Branchen, wo die meisten Lehrlinge sind, was sind die großen Lehrlingsbranchen in Österreich und was sind Betriebe, die mir einfach dazu einfallen. Also es sind ganz unterschiedliche Bildungsgeschichten, das sind alles Menschen, die ich mitnehme. Und diese zwei letzten Beispiele, die ich sage, das hat sich für mich durchgezogen wie ein roter Faden in der ganzen Zeit, was mich auch beschäftigt, nämlich, dass viele Lehrlinge, und das zieht sich wirklich durch das Gefühl haben, dass die Schule von einem großen Teil der Öffentlichkeit immer im Fokus gestellt wird, während die Lehre irgendwie so als etwas Zweidrangiges betrachtet wird. Und ich finde, es braucht mehr Respekt für die Lehre. Ich finde, wir müssen mehr Respekt haben als Gesellschaft vor dieser bewussten Entscheidung, mit 15 eine Lehre zu starten, wo du teilweise schneller erwachsen werden musst als Jugendliche im gleichen Alter, wo du schneller, und ich sage so hart, wie es ist, funktionieren musst als andere Jugendliche. Und wo du eine Lehrausbildung machst, wo du sozusagen als Lehrling dann ja zum Facharbeiter wirst, zur Facharbeiterin, wo die Facharbeiterinnen und Facharbeiter das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind. Also das ist wirklich etwas ganz Zentrales, die Lehre. Ich finde, dafür braucht es Respekt, dafür braucht es Anerkennung. Und ja, ich finde, dass das in der Politik und auch in der öffentlichen Debatte ruhig einmal so zur Sprache kommen kann. Und ja, ich wünsche dir próskehlembar 마음 colocar bein équ JHais im Gehre. Und ich finde, es gibt einen Attorney, meinś 화이ter von bei Life und mir fällt 500 Meter. Ich bitte das sch èraktion. Und ich mache mir mal, Ganze zu einem fruit 섞�� Rutsch. Ich glaube, es minute schön. Und jetzt. Und ich habe shooter, was zum Affiett zu machen.